Das war's, was du... Du kannst nur da schaffeln, ne? Mach mal ein bisschen viel hier. Julia ist schon dabei. Du hast dich noch Taschwunder. Wenn der vorbeikommt, dann wird es fliegt. Alter, das ist saugefährlich. Wenn der nicht geht, dann kann der bestimmt so gut fahren. Ich konnte hier gleich vorbei. Ne, ich glaube, du bleibst doch nicht. Ich schwör, die rennen nicht, dann kann der so gut fahren.